As-salamu alaykum, liebe Geschwister. Ich habe euch noch in dem Chatverlauf eine kleine Überraschung zu dem Ramadan, wie schon angekündigt, eine drei-Tage-Reihe mit dem Abdelrahman Reidegeld. Die fängt am 26. Februar an, insha'Allah. Also. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt, außer Allah, dem Einzigen, der keinen Teilhabe hat und dass Mohammed sein Gesandter und sein Diener ist. Amma Ba'at, des Weiteren. Da wir uns jetzt in Erwartung des Monats Ramadan befinden und dieser Ramadan, das ist nichts Verborgenes, sich anders abspielen wird als die der früheren Jahre, erscheint es mir angebracht, im Sinne einer Ermahnung, im Sinne einer Betrachtung des Weges, den wir als Menschen und Muslime und Ummak gehen, dass wir einmal zurückschauen, die letzten Jahre, wie wir den Monat verbracht haben, um zu wissen, wie wir ihn vielleicht verbringen sollten. Das erste Mal, dass ich einen Ramadan miterlebte, war 1984. Und wenn ich vergleiche, wie sich damals der Ramadan abgespielt hat, sowohl was Spiritualität und Innerlichkeit angeht, als auch Gemeinschaftlichkeit, da muss ich sagen, dass sich das Verhältnis zu diesen positiven Faktoren und dem, was ich Eigensinnigkeit, Verschwendungssucht und Ähnliches nenne, immer stückweise verschoben hat, mit gewissen Wellenbewegungen. Zwei Dinge sind mir die letzten Jahre deutlich geworden, dass nämlich die Menschen selber, auch innerhalb der Ummah, der Muslime, dass die Menschen sich teilen in zwei ganz grundsätzliche Gruppen. Eine Gruppe ist nicht aufmerksam. Ich sage nicht schlecht, ich sage aufmerksam. Beobachtet die Welt und die Entwicklungen, die sich tun, nicht und zieht vor allen Dingen keine Lehre daraus, in praktischer Hinsicht. Sehen Sie, es ist eine Sache zu sagen, der jüngste Tag kommt. Es ist eine Sache zu sagen, wir sehen bestimmte Zeichen, die sich ereignen. Es ist eine Sache zu sagen, ja, es gibt bestimmte gesellschaftliche Ereignisse, die mal so und mal so ablaufen in der Geschichte. Und es ist eine andere, auf sich selbst zu schauen, seine Familie zu schauen, seine Freunde, seine Umgebung zu schauen und dann zu sagen, ich sehe, dass sich hier bestimmte Dinge getan haben. Einige, wie ich finde, positiv und einige zumindest bedenklich. Und dann daraus einen Plan zu entwickeln, nach Möglichkeit, nach Menschenmöglichkeit, wie möchte ich mich denn in Zukunft verhalten, denn es ist ja immer ein gegenseitiges Verhalten zwischen mir und dem anderen, damit das Ganze eine bessere Entwicklung nimmt, als es jetzt zu nehmen scheint. Das wäre ein vernünftiges Verhalten. Die meisten Menschen handeln de facto nicht vernünftig. Ein wichtiges Kennzeichen des jüngsten Tages wird sein, dass die Menschen, die sich eigentlich innerlich verbunden fühlen müssten, wie zum Beispiel Mütter, Töchter, Söhne, Väter, Geschwister und so weiter, sich zertrennen werden. Als Vorgeschmack eigentlich des Tages des Gerichts, wo es dann heißt, einem jeden Menschen genügt seine Sache jetzt voll und ganz. Und sehen Sie, auch wenn ich jetzt einmal davon absehe, zu sagen, was diese sogenannte Corona-Krise sein könnte, sein sollte, wenn ich einmal davon absehe, welches politisches Kleingeld die einen oder anderen daraus ziehen, wenn ich einmal davon absehe, dass der in Anführungsstrichen große Aufschrei in der muslimischen Gemeinschaft, ach, wir haben das Freitagsgebet nicht ausgeblieben ist. Man hat sich zusammen und klanglos damit zufrieden gegeben. Man hat es nicht zumindest für sich selber reflektiert, was das denn heißt, was das denn bedeutet. Unter diesen Umständen wundert es mich nicht, dass man jetzt beim Ramadan genau dieselbe Schiene fährt. Was mich persönlich angeht, ich sehe bei aller Bescheidenheit meine Rolle anders. Und auch die Rolle derer, die nachdenken in unserer Umnahme allgemein. Es ist Zeit, die Dinge beim Namen zu nennen und zu sagen, wir sehen hier grundsätzliche Entwicklungen. Denn die Dinge, die auf den jüngsten Tag hinweisen, müssen sich überhaupt über die ganze Menschheit erstrecken. Denn der jüngste Tag wird sich auch über die ganze Menschheit erstrecken. Die meisten Fälle, in denen man früher von irgendwelchen Zeichen sprach, waren örtlich sehr begrenzt, haben auch kaum eine größere Auswirkung oder ein besonderes Aufmerksamenpotenzial gezeigt. Das ist heute anders. Denn es braucht ja schon etwas Gewaltiges, damit alle Menschen gleichzeitig aufschrecken und sagen, hopsasa, das hatten wir aber noch nicht. Das ist jetzt genau passiert. In vielerlei Hinsicht. Ich mache es jetzt kurz, denn es geht hier um den Monat der Ramadan, nicht um die jüngsten Tage. Aber sehen Sie, genauso wie das Rezitieren der Suratul Kaf, die in sich selbst in all ihren Beispielen, in all ihren Parabeln und Amthal ja endzeitlich ausgerichtet ist, genauso wie es eine Sunda ist, am Freitag die Suratul Kaf zu rezitieren, genauso wie es heißt, der Schöpfer hat, wie immer man das jetzt verstehen mag, diese Welt an einem Freitag erschaffen und wird sie an einem Freitag untergehen lassen, mit einem Grund für die Rezitation am Freitag. Und wenn wir uns klar machen, dass das wesentliche Charakteristikum des herannahenden jüngsten Tages ist, dass alle bisherigen Maßstäbe außer Kraft gesetzt werden, denn das ist das Wesentliche in allen Überlieferungen, nicht das Außergewöhnliche, das Außerkraftsetzen des Bisherigen, so als ob es bis dahin keine festen Maßstäbe gegeben hätte, das ist, was wir heute sehen. Schon seit langem wurden die Grenzen in puncto Menschlichkeit und Unmenschlichkeit weit vorangeschoben. Schon lange war die Frage, wie weit man überhaupt über Religion, Dien, als Positiven spricht, obsolet. Mittlerweile ist es ein absoluter Mainstream geworden, dass Religion in Gänze die Schuld an einem Bösen der Welt trägt. Und sehen Sie, damit ein Heer geht dann aber auch eine Haltung in der Gesellschaft. Man hilft sich vielleicht um bestimmter, sagen wir mal, menschlicher Kriterien willen, Aber eine Transzendenz, eine Jenseitsgerichttheit, eine Aufgabe, die über unsere diesheitliche Existenz hinausgeht, das wird von der Mehrzahl der Menschen geleugnet. Und auch viele Muslime zweifeln daran. Eindeutig. Ich nenne es den verborgenen Kuffur. Der ist da. Damit einher geht eine gewisse Verzweiflung. Nämlich der tiefgreifende Zweifel, dass sich an der Lage im positiven Sinne noch irgendwann einmal etwas ändern könnte. Man ergibt sich einer Lage. Man denkt nicht mehr darüber nach. Man schmiedet keine Pläne. Man denkt nicht daran, dass man, soweit das möglich wäre, irgendwie versucht, das Rad aufzuhalten. Diese Haltung ist dem Muslim nicht angebracht. Daher möchte ich angesichts des Ramadan zu folgenden drei Punkten kommen. Die wichtigsten Charakteristika des Fastens und des Ramadan, wie ich es sehe. Nummer eins. Ein zyklischer Charakter. Ein kreisförmig wiederkehrender. So wie die täglichen Gebete sich pro Tag wiederholen, solange diese Welt besteht. Das Freitagsgebet sich pro Woche wiederholt, solange diese Welt besteht. Die Festgebete und also auch die Monate sich wiederholen, solange diese Welt besteht. So wiederholen sich auch bestimmte Verhaltensweisen, Rechte und Pflichten mit bestimmten Einschränkungen. Wann immer dieser Zyklus beträchtlich gestört wird, muss man zu Gegenmaßnahmen greifen. Ich habe das bei einer Stelle erwähnt. Am Freitag muss man den Tag anders gestalten als bis dato, will sagen, mit besonderen Koran-Rezitationen, mit einem anderen Tagesrhythmus, mit einem Bewusstsein. Stichwort, nur weil man mir aus verschiedenen, vielleicht berechtigten Gründen, ein Freitagsgebet verweigert, heißt das nicht, dass ich den Freitag als besonderen Tag aufgebe. Niemals. Niemals. Und beim Fasten. Wir können uns darauf einstellen, dass, wenn größere Gruppenversammlungen nicht zulässig sind, das Tarawih-Gebet nicht durchgeführt werden kann. Das ist völlig klar. Dass besondere Sitzungen in den Moscheen zum Gedenken und zur Koran-Rezitation mit körperlicher Gemeinsamkeit nicht möglich sein werden. Dass gemeinsames Fastenbrechen, falls man darauf vielleicht gedacht hat, wahrscheinlich nur im engeren Kreis der Familie möglich ist, solange diese Beschränkungen bestehen bleiben. Denn wenn jemand zwei Meter von mir entfernt ist, habe ich da auch keine Gemeinsamkeit. Sehen Sie, ich will Sie aufmerksam machen, auf Dinge, die Einschränkungen sind. Kommen wir auf Dinge, die man beibehalten kann und sollte, ja, wie ich finde, muss. Nummer eins. Das Fasten als Katalysator zum Nachdenken. Das Fasten besteht im Stillstehen und in einer Art Verzichten. Und indem ich stillstehe und verzichte auf die alltäglichen Dinge, soll doch eigentlich mein Sinn, mein Aufmerksamsein gerichtet sein auf meine eigene Lage. Ich betrachte mich ohne Ablenkung und versuche zu ergründen, welche Haltung nehme ich zum Schöpfer ein. Ich denke, das ist nach wie vor sehr, sehr wichtig. Zweitens, ich konzentriere mich auf die Dinge, die mir wesentlich erscheinen und lasse das Unwesentliche weg. Und dazu gehört nicht, dass ich auf jede Vergnügung verzichte, die halal ist, sondern es gehört dazu, dass ich einige Dinge sehr bewusst mache. Zum Beispiel, wenn ich Koran rezitiere, kann ich das tun, einfach nur, um einen Text zu rezitieren und Lohn dafür zu bekommen. Und wenn ich des Arabischen, sagen wir mal, nicht mächtig bin, dann könnte es darin bestehen, dass ich zum Beispiel einen bestimmten Abschnitt rezitiere und ihn mir dann in ungefährer Übertragung ansehe, um über den Sinn nachzudenken. Wenn ich bestimmte Grundkenntnisse des Arabischen habe oder eine Möglichkeit, über eine Zwischenübersetzung mich mehr mit dem Inhalt vertraut zu machen oder mich gemeinsam mit jemandem hinsetze, der zum Beispiel Muttersprachler ist oder sich ein bisschen auskennt, um mich tiefer in die einzelnen Sinngebungen hinein zu begeben, dann nutze ich die Zeit dafür. Und zwar, indem ich zum Beispiel diejenigen Ayats nehme, die mir über den Verlauf der Zeit etwas mitteilen. Ein weiterer Punkt. Der Monat Ramadan verlangt Disziplin. Denn man ist nicht frei in der Art, wie man sein Essen, sein Trinken, sein Schlafen und so weiter gestaltet. Wie auch schon die letzten Jahre wird man den Rhythmus zwischen Schlaf und Wachsein anders einteilen müssen als bisher. Wie ich immer empfehle, dass man einen Teil des Nachmittags schläft. Zum Beispiel, wenn man ungefähr um 18 Uhr die Gelegenheit hätte, wäre das sehr günstig, wenn, sagen wir mal, plus minus, das Fastenbrechen um 19.30 Uhr, 1940 Uhr sein sollte oder etwas später. Dann kann man noch ein bisschen mithelfen. Das Mithelfen gemeinsam ist wichtig, wenn man das Fastenbrechen vorbereitet. Und dass man vorher aber noch mindestens eine Stunde Zeit hatte. Das nimmt einem die Müdigkeit fort, damit man in der Nacht etwas tun kann. Respektive bis kurz nach Fajr aufbleiben kann. Das führt uns zum nächsten. Es gibt eine ganze Reihe von Aybadat und eine ganze Reihe von Bewusstseinshandlungen des DIN, die, wie ich beobachte, in den letzten Jahren weggefallen sind. Dazu zählt zum Beispiel, dass man zwischen dem Beginn des Fajr und dem Verrichten des Pflichtgebetes nicht nur ein Sundergebet verrichtet, sondern, das ist eine bekannte Sunder früher gewesen, sich auf die rechte Seite legt und nachdenkt über die Zeit zwischen dem irdischen Leben und der Auferstehung. Das war lange Zeit üblich. Wir haben das als Jugendliche in der Moschee auch noch gemacht. Es ist eine bekannte Sunder in manchen Schulen. Das heißt, nach dem Sundergebet bleibe ich nicht sitzen, sondern ich lege mich auf die rechte Seite, nämlich in Qibla-Richtung blicken, so wie ich im Grabe liegen würde, und denke darüber nach, wie wird meine Lage sein in der Zwischenwelt. Das geschieht nicht aus Lebensmüdigkeit, sondern im Gegenteil, damit ich mein diesseitiges Leben sinnvoller gestalte, bevor ich sterbe. Und hier ist ein wichtiger Punkt. Die Lebensbejahung erfordert auch gleichzeitig die Bejahung unseres Untergehens. Natürlich. Ein bewusstes Führen des Lebens liegt nicht darin, dass ich einfach nur versuche, eine Pflicht zu tun und einfach vor mich hin lebe. So wie der Koran sagt, meint denn der Mensch, dass er einfach so gelassen würde, wie in der Surah Taha beschrieben. Nein, er wird nicht einfach so gelassen. Und das führt mich zum letzten wichtigen Punkt in diesem Kontext. Und der letzte wichtige Punkt in diesem Kontext ist, dass wir vor andersartigen Herausforderungen und Schwierigkeiten stehen werden als bisher. Lassen Sie mich vielleicht mit ein, zwei ermahnenden Worten beginnen, denn diese Krise führt uns deutlich vor Augen, wo unsere Schwächen sind. In verschiedenen Ländern wurden die, ich sage mal, die Gebetsplatzbetreiber vor die unangenehme Lage gestellt, dass sie Miete, Unkosten und so weiter nicht mehr bezahlen könnten. Und hier und da hat man Spendenaufrufe gesehen und für unsere Moschee und für dies und für das. Lassen Sie mich klar sagen, dass die meisten dieser Orte, den Firk gemäß Gebetsorte sind und keine gültigen Moscheen. Denn allein die Tatsache, dass man rausgeschmissen werden kann, wenn man die Miete nicht bezahlt, bedeutet, dass dieser Ort, das ist die Mindestdefinition, nicht für das Gebet alleine gewidmet sein kann. Wie ich an anderer Stelle sagte, und ich bin nicht der Einzige, der die letzten Jahre darauf hingewiesen hat, in gemieteten Räumen kann man vielleicht ein Gebet verrichten. Aber ob das Freitagsgebet dort passend untergebracht ist, ist ein Zweifelsfall. Natürlich hört man nicht drauf. Und dementsprechend stehen jetzt viele Gemeinden vor einem Aus, weil sie natürlich keine Spendengelder mehr sammeln und diesbezüglich sich Mietkosten und andere Kosten aufstocken, die sie nicht begleichen können. Und dann gibt es Spendenaufrufe. Und sehen Sie, was jetzt kommt, ist genau wieder die Quadratur des Kreises. Dann spendet man, damit diese Plätze ungefähr erhalten werden können, damit nach der Krise man genauso unsicher und wackelig weitermachen kann wie bisher. Anstelle, dass man Immobilien rechtzeitig gekauft hätte, dass man zumindest nicht rausgeschmissen werden kann, dass man nicht Angst haben muss für jeden Monat, wo man nicht die Leute angeht, um irgendwelche Gelder mit einem Klingelbeutel, was ich immer schon unverständlich fand und was der Würde eigentlich des Platzes nicht zugänglich ist, dass man es nach wie vor versäumt hat, für wirklich feste Strukturen zu sorgen, das trifft uns jetzt stark. Es gilt für die Wirtschaft und es gilt für Religiöses. Wo Struktur da ist und wo etwas Rücklagen da sind, braucht man sich auch in dieser Krise nicht wirklich zu fürchten. Es wird unangenehm, ja, aber es wird nicht katastrophal oder existenzbedrohend. Aber wenn ich eine sogenannte Moschee, was ich gar nicht so nennen würde, aufrechterhalten kann, nur indem ich die Leute mit Spenden angehe, das ist keine Existenz. Und das ist vom Fiqh auch gar nicht geplant. Wir haben uns an eine nicht dem Fiqh des Islam gemäße Situation gewöhnt, vielleicht gezwungenermaßen. Aber jetzt tun wir so, als müssten wir diese Situation einfach so bewahren. Ich sage, warum müssen wir das? Denken Sie doch einmal ein bisschen intensiver über andere Strukturen nach, die uns unabhängiger machen. Denken Sie doch einmal darüber nach, wie man endlich aus diesem Hamsterrad herauskommt, dass man für jede Kleinigkeit irgendwo vertrieben werden kann. Denken Sie doch einmal über Alternativen nach, die mehr sind als nur Hausaufgabenbetreuung. Eine tiefgreifende Gewissenserziehung. Eine tiefgreifende Ausbildung von Leuten, die fachliche Tätigkeit in unseren Gemeinden erfüllen können. Jetzt können Sie sagen, das gibt es schon. Dann sage ich, bleiben Sie weiter in Ihrem Traum. Es gibt einzelne hervorragende Leute, die aber in der Regel self-made men und self-made women sind und keineswegs aus gezielten Studiengängen herauskommen. Das ist nicht richtig. Und viele Herausforderungen der Moderne, die wir heute sehen, für die gibt es noch gar keine Studiengänge. Für die gibt es noch keine wirkliche Ausbildung. Wir sehen uns in dieser Krise nicht mit etwas Schwierigem konfrontiert, weil uns alle Existenzgrundlage genommen wird. Nein. Wir sehen uns in dieser Krise konfrontiert, weil wir auch schon vorher an einem dünnen Faden existiert haben. Und dieser dünne Faden jetzt weiter durchgesägt wird. Das ist die Wahrheit. Das gilt sowohl für das Finanzielle, als auch das Spirituelle, als auch, als auch, als auch. Ich kann hier kein Lob ausstellen. Und es betrifft Muslime im Grunde, im Grunde in ganz Europa. Mit unterschiedlichen Vorzeichen. Es spielt gar keine Rolle, ob Sie hier eine offizielle Glaubensgemeinschaft haben oder dort irgendwelche Verbände. Im Grunde ist es dasselbe Spiel, dass nämlich in vielen, vielen Fällen die Aufrechterhaltung eines geregelten Lebens schwierig ist. Und zwar schwieriger, als es eigentlich sein müsste. Ein weiterer Punkt, das ist wichtig, betrifft die Gestaltung des Ganzen. Ich sage immer, was nützt mir die schönste Moschee, wenn darin nichts sich abspielt? Gibt es wirklich keine Möglichkeit, gibt es wirklich keine Option, etwas Ganzheitliches zu entwerfen? Diese Fragen stelle ich mir diese Tage sehr intensiv. Warum nicht? Es gibt eine Definition für Krise, die ich Sie bitte genau zu überlegen und auch auf Ihr Leben zu beziehen. Krise ist, wenn das Alte stirbt und das Neue nicht geboren werden kann. Wird aber ein Neues geboren werden, ist das keine Krise. Es ist ein natürlicher Wechsel. Ich sehe das, was hier stattfindet, zunächst einmal noch nicht als Krise, tatsächlich nicht, nicht natürlicherweise. Es ist eine Ablösung. Haben wir nicht deutlich erkannt, die meisten von uns zumindest, dass das Wirtschaftssystem ein Unrechtssystem ist und das ganze Völker den Reichtum anderer bezahlen mit Armut und Elend und Ausbeutung? Haben wir nicht erkannt, dass der Raubbau an unserer Umwelt und auch der Raubbau an den Möglichkeiten für unsere Kinder und künftigen Generationen sündhaft ist? Haben wir nicht erkannt, dass wir so oft auf irgendwelche fremde Ideologien reingefallen sind, die am Ende uns, den Muslimen und vergleichbaren gläubigen Menschen sagen, und wir brauchen euch jetzt nicht mehr, und die Religion ist sowieso überflüssig, lernen wir denn nicht dazu? Es braucht ein anderes Bewusstsein von Muslimsein. Und mit diesem Ziel gehe ich in den Ramadan hinein und möchte einmal intensiv für mich selber darüber nachdenken. Und wenn ich aus diesem Monat herauskomme, so Gott will, und so Gott will auch diese nach außen, ach so furchtbare Corona-Krise endlich mal ein bisschen aufhört, nicht vollständig wahrscheinlich, aber doch sehr viel abgeflachter, dann wird es Zeit, über neue Bezüge im Leben nachzudenken. Was haben wir als muslimische Gemeinschaft, als muslimische Ummah, den Menschen Positives zu sagen? Haben wir keine Botschaft, die wir den Menschen übermitteln können und sollten? Ist es unsere Aufgabe als Muslime, einfach vor uns hinzuwurschteln, so schlecht wie es eben geht, und nur gar nicht aufzufallen? Ist das wirklich schon so weit gekommen? Oder ist es nicht Zeit, dass man sagt, wir wollen gute Nachbarn sein, wir wollen gute Freunde sein, wir wollen mildtätig Spendende sein, wir wollen bewusste und aufmerksame Mitbürger sein, und wir wollen jemand sein, der ein Beispiel gibt, wie man doch gut sein könnte oder besser sein könnte? Das wäre ein lohnenswertes Ziel. Und das muss gar nicht mal so anstrengend sein oder mit so viel überflüssiger Mühe verknüpft sein. Das kann man sozusagen indirekt in alle Handlungen einfließen lassen. Hier kann man von anderen Gemeinschaften durchaus etwas lernen. Ein weiterer Punkt ist, wenn man war, kenne ich wirklich die Quellen des Islam und ihre Auslegungen so, dass ich für mein eigenes Leben ausreichend gesichert bin? Bin ich in der Lehre des Füch, in der Lehre von Akhida und Kalam und den Fachwissenschaften halbwegs sicher? Interessiert mich das überhaupt? Habe ich mich dafür interessiert, wie bestimmte Umstände, wie Technik und Entwicklung mit Aspekten des DIN günstig zusammenzubringen sind? Jetzt werden wir nämlich auf die Probe gestellt. Gucken Sie mal, wir sind jetzt in einem digitalen Zeitalter, was immer mehr ins Digitale übergeht. Es wird an der Zeit zu sein, zu überlegen, was soll analog bewahrt werden? Dann muss man darauf hinarbeiten. Und was kann in das Digitale übersetzt werden? Das wird man ins Digitale übersetzen müssen. Und was muss auf beiden Seiten, dem analogen und dem digitalen stehen? Das sollte nicht einfach nur irgendwie laufen. Das sollte ein geplanter und geordneter Umstand sein. Und sich darüber Gedanken zu machen, planend, damit man formen kann, das wäre auch Anliegen des Mamas Ramadan. Ein weiterer Punkt. Wenn man die Lehren aus unserer Existenz, auch aus unseren Problemen ziehen möchte, ist es gut, sie zu kontrastieren mit den Problemen und den Nöten der Menschen weltweit. Man könnte jetzt sagen, wir sind nach wie vor in einer sehr bevorzugten Lage, sowohl was Zugang zu Wasser angeht, Nahrung, Kleidung, Wohnung, anderen Umständen, Ausbildung. Sicher, das stimmt alles. Aber nichtsdestoweniger sind wir, wenn auch vielleicht körperlich hervorragend gestellt, meiner Ansicht nach geistig sehr verarmt. Und hier sind wir zum Teil schlechter dastehend als viele Menschen in Afrika und Asien. Das muss ich deutlich sagen. Und es ist vielleicht Zeit, einmal über einen Paradigmenwechsel nachzudenken. Wie kann ich meine Existenz und die meiner Familie und wenn möglich die meiner Freunde und deren Familien, je nachdem wie weit wir kommen in dieser Haltung, auf eine andere Ebene bringen? Beispielhaft zu werden. Vorbildhaft zu werden. Warum wollen wir nicht gute Vorbilder sein? Sie könnten jetzt sagen, was hat das alles mit Ramadan zu tun? Ich sage Ihnen zusammenfassend, das hat sehr viel mit dem Ramadan zu tun. Das Fasten ist ähnlich wie Ikhlas. Wenn man sagt Ikhlas, dann meint man damit, dass man alles von einer Sache fortnimmt, was nicht dazugehört. Wenn man sagt Akhlasat Samara, was man klassisch sagen konnte, dann meinte man damit, er schälte alles von der Frucht ab, was nicht zu ihrem wesentlichen Punkt gehörte. Also alle zusätzliche äußere Schale, alles, was man nicht nutzen konnte, schälte er ab, sodass die reine, nutzbare Frucht übrig blieb. Wenn ich also etwas mit Ikhlas mache, dann sage ich damit zweierlei. Erstens, alles Überflüssige lasse ich beiseite. Zweitens, alles, was zum Zweck nicht sinnführend ist, lasse ich erst gar nicht herankommen. Es gibt also ein Plus und ein Minus. Weder etwas Sinnloses lasse ich hinzukommen, noch lasse ich etwas Überflüssiges dabei bleiben. Dann mache ich es zu einer Sache mit Ikhlas und mich selber als einen der Aibadullahil-Mukhlasin. Das Ganze jetzt übertragen auf Dinge, nicht nur das formale Fasten, sondern das Zurückschrauben unserer Tätigkeiten, um dann zu betrachten, was an unseren Tätigkeiten sollen wir denn so beibehalten, wenn wir aus dem Monat wieder hinausgehen. Das ist für mich eine der wichtigsten Zielsetzungen und eine der größten Chancen in dieser speziellen Zeit. Damit möchte ich mich auch von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns das Allerbeste gibt. Allahumma ya rabbal alamin, ya arhamar rahimin, ya zal jalal wal ikram. Oh Allah, gib uns das Allerbeste in dieser Welt und in der nächsten Welt. Lass uns zu denen gehören, die begreifen und bewahre uns davor, dass wir in Unkenntnis verharren. Lass uns zu denjenigen gehören, die ein Ziel daraus ziehen für ihr Leben und die aus dem Monat Ramadan mit Gewinn und Lohn und Verstehen und Hingebung hinausgehen. Lass uns zu denen gehören, die einen Nutzen ziehen aus diesem Monat durch deine Vergebung, durch deine Rechtleitung, durch deine Anleitung und dadurch, dass du uns anfüllst mit Licht und Verstehen. Ameen, ya rabbal alamin, wa salli lahumma ala nabi muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbal alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ameen, barakallahu feek, assalamu alaikum lihi bishwisto, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ameen, barakallahu feek, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untertitelung des ZDF, 2020